Hallo und herzlich willkommen bei Payday 2 Hallo Und ich leuchte mit angenehm 30 FPS, ich glaub's gar nicht Auf höchstere Kraft, Geist noch Schau dir das mal an Also ich bin schon oben beim Dach Soll ich das einfach offensiv angehen oder? Steine Entschuldigung, Divershop Kick 0 Das fängt doch noch so an Ja ich da so, ich bin nur oben auf meinem Sniper doch Ich auch Nein du bist gar nicht bei mir Wenn es mir so anfängt, dann komm ich auch hoch, dann bleiben mir oben einfach die ganze Folge stehen Juhuu Und so observiert man eine Bank Toll Hast du den Typ mit McDonald's Tüte gesehen? Der hat gerade Umweltverschmutzung begangen Okay Okay Wo Just Wo Hock 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 der Ruhr-Police er hat mich entdeckt jetzt polizei rutsch und ich drücke in die Kugel in den Kopf und noch mal so ein überwurte ruft noch niemand ich hab's nicht wenn wir über das Dach jetzt keine Kamera wo unter den Schocken und ich meine innen drin der Rufpolizei jetzt bist du gar nicht mehr jetzt kommt schon ja ich bin wie es ist nicht gerade mit dem Kassel und Pauli weil wir uns immer noch neu machen Krupp Schöntermalburg Verschuldigung auch auf dem Rücken zwischen den Spassungen und die man auch das ist so zu sagen nein ich habe auch gefühle auch er weiß wie viel los hier wir spielen bloß und weißt wie bei mir weißt du wie viel hier oben los ist bei mir ist viel mehr los ich stehe genau neben dir also bei mir kommt nicht ganz im Kopf ich wollte gerade etwas anderes sagen Geldtransporter aber das hat jetzt nichts mit dem Spiel ja die 10 Abonnenten Special wer unsere 10 Abonnenten Special gesehen hat der weiß um was es geht also indirekt weiß um was es geht ich hoffe nicht dass ich weiter schon ein bisschen peinlich der ist verrückt wir haben irgendeine Scheiße gebaut ganz leichte scheiße ich 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 halte die gerade alle weg gell ich 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 Alles gut, ich hab noch nie geblieben, aber... Oh! Steil oben! Komm mal lieber rein, wir verrecken hier unten. Ja, warte. Verpackt er jetzt echt nicht. Du bist verletzt, die in Becken. Wenn die Haken zum Rücken zum Anderen zu halten... Ehm... Ich spiele Valenspiel. Ich spiele Valenspiel, oder? Bitte runter. Ja, ich komm. Ja, es ist 23. Und ich bin müde. 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 Ja, was ist alles? Ich bin müde. Ich bin müde. Und ich hab bloß noch ein Sekunden. Ja, sieben Sekunden. 0 ja passt schon jetzt rennen rasch und rasch und rasch und rasch ach schämen jetzt wollte ich erst mal mit dem Zorn es ist noch keine Overposen mit dem G ne warte mal was steht hier auf der Tafel es hat um 8.30 bis 7 Uhr abends offen montags bis beitags bis abends schon 10 bis 2 echt? sehr gut ja auf der Tafel voll geil texturiert, voll scharf oieieieiei schon scharf drüber oieieieieiei also schärferkont ist ja auch nicht man ich muss nicht mal das Training da durchlassen nein mach den Kopf schon du warum holst du mir die Dünnis die Kappe die die Telefon hier das Telefon zum Stapel Papier Klar, komm her. Ich hab's gesehen. Nein, der. Naja, ist jetzt nicht der Super-Funk-High der Welt, aber es ist eben... Jeder fängt mal klein an. Ich muss mal kurz leiser stellen. Verdammt. Jeder fängt mal klein an und geht nicht mehr zum Super-Bank drauf machen. Auch wenn wir uns natürlich super-geil. Weil es schon super-geil ist. Also, dass das unsere erste Folge ist, dass wir das schon mal schaffen. Also, bis jetzt. Ich hoffe, dass wir wenigstens ein Beutel retten können. Alle Beutel schaffen wir eh nie. Weil wir noch mit Verreckten dann. Tja, bis mal die Oberbräufe. Payday 1 war ich noch mit Oli dazu. Der heißt... Ja, Payday 1, genau. Das hier schon der zweite Teil. Der ist ziemlich viel besser. Aber Payday 1, was man natürlich auch jetzt bringt. Das ist auch 1,6. Aber mit Payday 1 kann ich nicht mit ihm gehen. Es geht mal gar nicht klar. Ähm, SWOT. Ich glaub, ich hab grad einen... Ich hab mit einem Helm gesehen. Ich hab grad einen SWOT mit einem Helm gesehen. Und eine Waffe. Bruder, ich seh grad keiner. Bruder, ich seh grad keiner. Halt so ein Waffe. Widerreitballon. Bruder, ich seh grad keiner. Hahahaha. Hundert leicht noch einen Koden. Eigentlich spricht ich ja voll gegen meine Richt... Schnell, schnell. Ne, oder? Stopp. Ja, was ist wohl? Ja, was ist wohl? Noch mehr. Nein, guck mal rein. Ja, warte. Noch mehr Wartezeit. Ja, hab ich ja gesagt. Schrei nicht mehr. Schrei nicht mehr. Schrei nicht mehr. Ey, klein. Die Folgen hier werden ja so... Voll, weißt du wie viel Geld es ist eigentlich? 15 und 22 Minuten halten. Oder 20. Ja, bis jetzt nehmen wir noch 10 Minuten auf. Jetzt nehmen wir 10 Minuten auf, ja. 10 Minuten nach 30. Nein, ich nehme schon mal auf. 6 Sekunden auf. Wenn ich... Ich finde es immer so süß. Diese möchte ich gern scharf schützen von SWAT. Nee, immer wenn ich dann meines Dreiferschafter raushole. Dann sterben so. die sind so süß kommt mal alle her sagt es mal zu James das ist aus der Köln der Köln der Köln der Köln der Köln der Köln sieben und die nachdem Prozent Prozent wenn jeder Päckchen im Verlangen zu zweiteln ich darf nicht sagen auf welchen Schwierigkeitsfrags wir haben das jeder mal kleiner fällt ich hab ja angefangen alle Alter das Militärs immer noch nicht da soll ich jetzt sagen soll sei davor ja und aus dem Koma auf welchen Schwierigkeitsfrag bespielen und ich bin schon mal der Schilder ja nun mal für die Kommission die Gruppe ja wir haben halt im Zeitraum Also Security sind die Weißen da, dann gibt es noch einen Security Chef, das ist immer der stark pigmentierte hier, wo hier rauskommt, immer so in den Raum, oder immer die Leute gewacht, wo es, Achtung, Sorten, das hier sind Swords, Polizisten sind halt die, die am Anfang kommen, Polizisten, dann kommen immer so größere Sorten, die zeige ich euch, dann sagt euch, wie wir die nennen, nur damit ihr euch durchblickt. Oh, ich glaube nicht, dass die hier kommen. Ja, das kann ich dir alles erklären, also das ist ein Swords, normal, wenn es uns offen ist. Also ich gehe schon mal Geld wegbringen. Ja, und wie viel nehmen wir mit? Heilige Scheiße, und wir spielen auch normal, Alter. Ja, erstmal so viel üben, packen. Weiß was, wir bringen nur einzelne Taschenhübber. Haben wir auch noch nie probiert, oder? Wir haben die immer ein Glas genommen, um die Taschenhübber, so dass die das Geld planen können. Wenn sie aber sogar nicht. 18.000. Also der Wagen steht auch wieder ganz toll. Ja, aber fliegt das da in vorn. Ähm, das ist, Taser, 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 Taser. Gut. Es kommen ganz viele. Weiß, ich sehe es. Töte alle, töte alle. Jolli, helf mir. Bring mal Geld in Sicherheit. Hey, hey. Unsere jetzt Leierkohle, unsere YouTube-Kohle. Tja. seht ihr, wie viel Kohlen wir machen mit Youtube ich bin echt stinkreich sorry 12, tut mir echt leid oh oh schon wird der tot, ohne Grund alter ich hab nicht mal einer mischt, aber egal die sterben grad zu 16,5 ne wir sterben jetzt ne wir sterben weil Hoxton wird es versuchen einfach zu uns zu beleben das war's mit der ersten Folge der erste Bankraub unserer Kuh und zwar fail also bis zum nächsten Mal vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe ihr hattet viel Spaß